Es gibt so viele geile Sachen, es gibt so viele geile Sachen, damit wir uns können ein schönes Leben machen. Ja, all the good, all the good divine things pass, all the divine things pass. Ach, ich bin happy. Ich hatte wieder einen divine download, mega cool. Es hat so viel für mich auch wieder gebracht, dass ich heute nochmal, quasi durch das Erzählen meiner Geschichte, nochmal gesehen habe, wow, 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 was habe ich hier in der Hand, was ein wahrhaftiges Teaching, das alles, aber auch wirklich alles, transformieren und heilen kann. Und ich habe mir einiges ausgedacht und das will ich euch jetzt zeigen. Ja, ich weiß, Ultramind ist wirklich das ultimative Mastermind, wo du mit Sicherheit, mit Sicherheit innerhalb von sechs Monaten so nah an dein divine Design kommst, so nah an deine Wahrhaftigkeit, dass dein Körper nachzieht, dass deine Beziehungen nachziehen, dass dein Business nachzieht, dass deine äußere Erscheinung nachzieht. Und es muss so sein, es ist Gesetz, es ist Prinzip, denn je mehr du in diese Ganzheit, in die Perfektheit, in dein Divine Design einsteigst, desto mehr pusht es sich aus, desto mehr zeigt es sich im Außen. Also, was ist der All-the-Divine-Things-Pass? Das ist ein Pass, dass wenn du nicht im Ultramind bist, trotzdem Zugriff auf alle Bonis hast. Alles das, was ich jetzt zeige, ist Teil, Bestandteil von Ultramind. Wenn du in diesem sechs Monate Mastermind drin bist, kriegst du all das dazu. Das war ja die Secret und die Secrets, die werden langsam, diese Geheimnisse, was alles noch dabei ist, werden jetzt langsam aufgedeckt. Und zwar, schau mal hier, ich gebe dir mal meinen Bildschirm frei, damit du gucken kannst. All-the-Divine-Things-Pass ist komplett inkludiert im Ultramind. Und wenn du nicht ins Ultramind kannst, aus welchen Gründen auch immer, kannst du dir für, ich sage es sofort, für 199 Euro diesen All-the-Divine-Things-Pass holen. Wir starten mit dem ersten Mini-Mastermind, hier, Mini-Mastermind, nein, es hat sich umsortiert, Hilfe, oh mein Gott, what happened? Hier, da ist es, 19. Juli, 22 Uhr, starten wir mit der ersten Masterclass, Schluss mit Selbstsabotage. Wie man Selbstsabotage erkennt und beendet. Und glaube mir, diese heimlichen, unterdrückten Muster, die wir fahren, sind uns in den wenigsten Fällen bewusst, sind aber dafür verantwortlich, dass du nicht die Manifestation bekommst, die du dir wünschst, und dass du andere Manifestationen bekommst, leider Gottes, die du eben nicht haben willst. Das wird eine Masterclass sein, um zwei bis drei Stunden am 19. Juli um 22 Uhr. Diese Masterclass kannst du alleine kaufen für 55 Euro. Wenn du sie kaufst, bevor sie gestartet hat, wenn du sie kaufst bis zum 19. Juli, dann kostet sie 55 Euro. Und das ist so wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, ich mache hier noch Selbstsabotage bei mir, da herrscht noch gewissermaßen Selbstsabotage, komm in diese Masterclass. Diese Masterclass ist included in All the Divine Things Pass. Der All the Divine Things Pass ist für alle Masterclasses und Mini-Masterminds, die ich ab dem 19. Juli bis Ende Oktober mache. Und er kostet 999 Euro. Als nächstes gibt es die Mini-Mastermind. Sie ist auch in dem All the Divine Things Pass drin. Wenn du sie zu dem Preispunkt, wo sie erscheint, kaufst, kostet sie zuerst 111 Euro, dann 222 Euro, 333 Euro, 444 Euro. Und du kannst sie nachher immer noch kaufen als Auszeichnung dann für 444 Euro. Um was geht es? Es geht darum, dass wir drei Wochen lang öffentlich wachsen. So treiben wir dein Business auf das Next Level. Sind drei Wochen, sind drei Calls, Austausch und Hausaufgaben in einer speziellen Facebook-Gruppe, damit du hier schon lernst, öffentlich zu wachsen, authentisch zu wachsen, dich selber zu präsentieren in deinem Divine Design Level, so dass es für dich null fake ist, so dass es für dich null aufgesetzt ist, sondern dass es wahrhaftig ist. Diese Mini-Mastermind startet am 26.07, ist am 2.08, ist am 9.08. Immer dienstags um 20 Uhr. Kannst du alleine kaufen? 111 Euro. Wenn ich sie promote, dann steigt der Preis regelmäßig bis auf 444 Euro. Und ja, sie ist auch im All the Divine Things Pass drin. Dann, nächstes, Masterclass, Divine Sales. Erlerne die göttliche Art des Verkaufens. Wie du deine Angst vorm Verkaufen sofort ablegst und Divine Kunden zu dir kommen. Es hat nichts mit Verkaufen zu tun, das Verkaufen, was du so hast, das hasse ich auch. Das hasst jeder und deswegen sind so viele, bleiben viele Menschen stecken, weil sie dieses Verkaufen, wo sie glauben, wo ihnen beigebracht worden ist, in den ganz verschiedensten Verkaufsschulungen nicht machen wollen. Das ist ein Mangelverkaufen, ein Verkaufen auf den Schmerzpunkt, die Finger in die Wunde reinhalten. Das ist alles andere wie Divine. Das will man nicht machen, weil es einem nicht entspricht. Und genau da gehen wir rein mit Divine Sales. Wie kannst du dein Angebot anbieten, präsentieren, sodass du dir großartig dabei vorkommst, dass du dich großartig fühlst. Das ist eine Masterclass, die findet im August statt. Der Termin ist noch nicht da. Du kannst sie aber kaufen für 111 Euro. Später kostet sie 222 Euro. Ja, sie ist auch in dem All the Divine Things Pass drin. Nächste Masterclass, Divine Design Manifestation mit Divine Healing und Visualisierungen. Das wird auch eine zwei- bis dreistündige Masterclass im August. Und zwar lernst du hier, wie du den Raum, wo deine Wünsche sind, eröffnest, drin bleibst, bis deine Manifestation im Außen sichtbar wird. Das wird eine schnelle, komprimierte Masterclass, die dich aber schon mal in ein Mindset reinbringt, wo du siehst, oh, okay, das kann ich machen, um dort zu sein, um die zu sein, die ihre Wünsche und Träume liebt. Dann gibt es im September die nächste Masterclass, Einführung ins Divine Healing. Grundlagen von Divine Energy Healing für dich und für andere. Das sind wirklich nur Grundlagen. Eine Masterclass, 110 Euro im Vorkauf, 222 Euro nachher. Ja, sie ist auch in All the Divine Things Pass drin. Nächste Masterclass, Masterclass, Money is my lover. Bringe deine Beziehung zu Geld ins Divine Design, sodass es bedingungslos und im Überfluss zu dir fließen kann. Werde ein Energetic Match zu dem Geld, wo du gerne matchen möchtest. Auch hier diese Masterclass, on point, schnell, 111 Euro, 22 Euro später. Ja, sie ist auch im All the Divine Things Pass drin. Dann geht es weiter mit, im Oktober gibt es noch, da bin ich jetzt hier unten, gibt es noch eine Mini Mastermind, einen Monat, vier Calls, ein Call pro Woche mit Austausch in der Telegram-Gruppe. Divine Design Business Tools Serie Nummer 1. Ich mache eine ganze Serie mit Divine Design Business Tools, die du einzeln buchen kannst, wo du Mini Masterminds buchen kannst, wenn du nicht das große Ding für dein Business, das Ultramind, mitbuchen kannst, wenn du da noch nicht mitgehen kannst. Dieses Mini Mastermind kostet 999 Euro. Nachher verkaufe ich es für 1500 Euro. Und es ist auch drin in dem All the Divine Things Pass. Und dieser All the Divine Things Pass kostet 999 Euro. Jetzt noch. Wenn das nicht geil ist, für nicht mal 1000 Euro hast du all diese Themen hier drin. Du bist dabei, du bist mit in der Divine Design Family. Du wirst begleitet, du hast immer Kontakt, du siehst mich immer wieder, du bist im Austausch, du arbeitest an dir, an deinem Business, an deinem Leben. Dein Leben ist übrigens auch dein Business, wenn du sagst, ich habe kein Business. Es geht immer nur um dich, es geht immer um dein Selbstkonzept. Es geht um Geld, es geht um Manifestation, es geht um Heilung, es geht um dich, um deine Präsenz, um deine Authentizität, dass du dich traust, die Frau zu sein oder auch der Mann. Das ist nicht nur für Frauen zu sein, der hier steht und weiß, wer, warum und weshalb sie hier auf Erden ist, ihre Mission kennt. Und ja, also das war kurz. Ich will es wirklich ganz, ganz kurz halten. Im Ende September, das ist auch noch wichtig zu wissen, gibt es noch die Ausbildung, eine neue Live-Ausbildung zur Ausbildung zum Master of Divine Healing und Divine Creation. Das wird ein sechs Wochen tiefgehender Kurs sein. Sechs Teachings mit Übungen und Zertifizierung zum Abschluss. Dieser Kurs wird 2500 Euro kosten. Du lernst, wie du der energetische Raum bist, in dem Heilung und Transformation geschieht, weil das machst alles du, weil wenn du alles bist, dann bist du auch der heilende Raum, der Heilerraum, der Heiler, die Heilerin. Du lernst, wie du dir selbst und anderen Menschen und natürlich Tieren direkt oder über die ferne Heilung spendest. Sollte jeder wissen. Sollte jeder wissen, wie das geht. Weil wir sind programmiert auf Unheilspenden. So ist unser menschlicher Kopf programmiert. Ja, und hier ganz hinten, gratis für alle die, die irgendeinmal die Ausbildung zum Master of Divine Healing gemacht haben. Ja, auch die, die jetzt im Business-Programm die Ausbildung zum Master of Divine Healing dabei haben, die dürfen hier mitkommen, mitüben, weil uns die Zeit im Business-Programm ausgegangen ist, respektive, weil ich das dazu genommen habe, aber die Zeit nicht dazu genommen habe. Und ich stehe zu meinem Wort. Und ihr sollt diese Ausbildung haben, ihr sollt üben, ihr sollt die Trainings haben. Deswegen seid ihr alle gratis dabei, egal wann ihr die Ausbildung zum Master of Divine Healing gemacht habt. So, das ist mein Angebot. Ihr Lieben, ich bin so glücklich, dass mir das heute alles eingefallen ist. All diese Themen plötzlich, bam, bam, bam. Das wird gebraucht, das wird gebraucht. Bitte es anders ist jeder, der sich gerufen fühlt, sich das leisten kann. Und wenn du diesen All the Good Things Pass jetzt kaufst, dann wird es so sein, dass der ganze Oktober, siehst du hier im Oktober, to be defined, da ist jetzt nur das erste Divine Design Business Tool drin, diese göttlichen Angebote. Da kommt noch mehr. Das ist aber nicht drin, da habe ich nur geschrieben, das sind mindestens 1.000 Euro wert, die du hast, die du kriegst, wenn du jetzt in den All the Divine Things Pass einsteckst und den dir holst. Da bist du dabei bei mir bis Ende Oktober und kriegst ein Teaching nach dem anderen, eine Masterclass nach dem anderen und sogar diese zwei Mini Masterminds. Wenn das kein göttliches Angebot ist, dann weiß ich nicht. Und wenn du Fragen hast dazu, schreib mir die hier drunter. Schreib mir, wenn du den Link brauchst, findest du ihn auf jeden Fall bei mywellfeeling.com. Der All the Good Things Pass ist drauf und den kannst du auch schon kaufen, den kannst du sofort kaufen. Und die 55 Euro Schluss mit Selbstsabotage, wenn das dein Budget ist, hol es dir, komm da rein. Das wird so erhellend und so erleuchtend sein, dass du auch erkennst, wann findet Sabotage statt und wie kann ich das beenden und was mache ich, was mache ich, um das zu beenden. Das sind die 55 Euro. Diese beiden Sachen kannst du jetzt schon kaufen auf meiner Homepage. Nachher schicke ich auf jeden Fall noch die Links rein, weil ich hier jetzt gerade auf Zoom live streame. und wenn du sagst, diesen Pass kaufe ich, siehst du hier unten 20% Affiliate, wenn du jemandem diesen Pass weiterempfällst, weil du sagst, oh mein Gott, das ist für dich, hier kriegst du für anständiges Geld richtig viel anständigen Support in einer Divine Design Community, dann kriegst du 20% Affiliate. Das Einzige, was du machen musst, die ist dieser Person, sagen, dass sie bei ihrer Anmeldung reinschreiben muss, bei zusätzlichen Kommentaren und Bewertungen dein Name. Und schon sind 20% für dich. Und am besten schreibst du mir dann auch noch, die hat sich für mich angemeldet, dann sind wir doppelt gemoppelt und dann kriegst du deine 20%. Ich möchte, dass diese Teachings groß werden. Ich möchte, dass die Menschen wissen, wie sie sich letztendlich selber alles aus dem höchsten Divine Design ihres Lebens kreieren können. Keine Not mehr, keine Armut mehr, kein Frust mehr, keine Krankheit mehr. Ich meine, das wollen wir alle und ein Gesamtkonzept, wie es wirklich für mich funktioniert. Ja, ihr Lieben, ich will es gar nicht lang machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir am besten unter die Kommentare. Ich sehe nämlich jetzt gerade gar nichts. Hier sehe ich ein bisschen was. Also, wenn ihr was dazu fragen wollt, dann fragt mich, schreibt mir. Ansonsten holt euch diesen All the Good Things Pass. Ich werde ihn kontinuierlich teurer machen, wie alles. Weil ich möchte, dass die, die gleich zugreifen, die wirklich bereit sind zu springen, weil sie schon quasi am Startpunkt sind und nur darauf warten, dass irgendein Angebot kommt, was sie sich leisten können. Das ist für euch. Das ist für euch, von ganzem Herzen für euch, dass ihr Schritt für Schritt da reinwachst in dieses Divine Design von euch, von eurem Leben und dass ihr euch niemals mehr scheiße fühlt. Also, macht es gut, greift zu. Ich tue dann nachher gleich noch unter dieses Video die ersten Kauflings posten. Die, die es jetzt auf meiner Home, auf meinem privaten Profil gesehen haben, kommt mit in meine Gruppe. Divine Design Live bei Patricia Dender. Da kriegt ihr natürlich noch viel mehr, noch viel Insider-Informations. Seid immer up to date. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im Divine Design. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020